Komm, weiter geht's hier bei Minecraft. Letztes Mal haben wir uns ... ... unsere ... ... mit den Activator beschäftigt. Ein bisschen Fail, wie ich jetzt festgestellt hab. Muss ich jetzt noch umbauen. Das ist ein bisschen scheiße, deswegen ... ... der Hoppo frisst nämlich sonst alles. Jetzt haben wir hier einen chest, iron chest. Iron. Zeit, weil ich muss ... ... aktivieren. ... ... ... ... ... Egal wo sie Dinger Scheiß Dann Bitte ich hier Das heißt Ecke Eck Was weg Was weg Das ist jetzt 5 Ja das ist 5 breit Dann Wir müssen auch weg Darf ich da Okay Okay Zumal Der eine 8 der hier drauf klickt alle drauf dann links so das passt schon mal 1 2 2 1 So nah. Das ist scheiße. Das ist egal. Jetzt bauen wir. 2 Pool. Dann... Jo. So. Jetzt. Drauf. Jetzt. Letze. Sto. Dann zurück. Dann... ... ... Dann... ... 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 Und äh, falsch, mit der Energie, so, bis hier hoch, so, genau leerziehen, halbwegs gespeichern. Dann gehen wir unsere Abdeckung. So, dann ist das Elektrik. Scheiße. Das ist der letzte. So, drehen wir gleich. Dann die Abdeckung. Das zieht jetzt gute Energie. Dann brauchen wir zum Hopper und zwei Chests. Jetzt, jetzt für einen Moment. Das kann eingehen. Keiner mit. Der, der, rein. Jetzt, was ich eigentlich jetzt noch machen will, ist hier drüber, ne? Wie heißt der denn? Pulverizer, genau. Hier drüber soll, ne? Wie heißt der? Reduction Furnace, genau. Dann hier, ne? Dann. Sie berunden. Wie transporten. So. Ich glaub schon. Zeug. Dann haben wir. Dann haben wir. Dann haben wir. 17 St 16,00 erschaffen. Gut. Den Zielsleer. Den Zielsleer. Die Zielsleer. Die Zielsleer. Deswegen, ich hab einen Modpackmaker, der macht gerade aktuell als Bacon Donut, der macht gerade aktuell ein Tutorial dazu, das hab ich mir mal anguckt. Auf jeden Fall, der hat seine komplette Lavaproduktion in Nether verlegt, hat dann einen Junkloader dazu reinkauen. Aber ich weiß es nicht, es waren die Junks ja trotzdem geladen und das ganze Zeug bearbeitet, von dem her weiß ich es nicht, dass es wirklich so viel ist. Wollte ich aber gar nicht, ich wollte eigentlich meine neue Pull-Riser. Das hier heißt, außer das muss ich ausschauen. Dann können wir hier die Pull-Riser geben und das genau, der schwätzt ja noch mit. So, den machen wir jetzt nicht. Beklärt hat auch. Zwei Blisten sind die Version hier. Ich hab grad gar nichts gedrückt, der hat es mir einfach wieder gelöscht. Ich hab grad beide Hände in der Statur und dann ne Maus. Ich hab grad nur kurz die Maus bewegt. Ach Gottchen. So, ein Gründer. So, ein Stück haben wir. Dann hier, wie man sieht, das ganze Zeug hier jetzt schön ein. So, ein Stück in den Wesen. So, ein Stück in den Wesen. So, ein Stück in den Wesen. So, ein Stück im Winkel. So, was ich Katarbeck hat. So, dann habe ich hier schon ganz kurz an den Wesen bekommen. So, ich mache das Teil hier. Ich habe den hier als Stromanschluss. So, es geht ja nicht auf Dauer so. Jetzt müssen wir demnächst mal hier ein Lampard anschließen. Dann. Kleiner. Das ist ja schön fiet. So. Das ist nur so. Gar nicht. Bei... ...dischen Ausgang... ...dischen Ausgang. Dischen Ausgang. Gar. Gar. Beides. Fast. Einmal... ...hier sein. Sieht gar nix da... Gar nix da... Strom. Siehts. Was? Jo. Das haben wir jetzt schon mal. Jetzt... ...soll... ...das ganze folgendermaßen war. Schon mal aus... ...äh... ...das ist schon ausprobiert. Das kann man vielleicht... ...das... ...sieben... ...wird... ...das... ...has... ...das... ...das... ...wird so ablaufen... ...dass... ...wir... ...hier... ...jetzt... ...mit der... ähm... ...Node... ...die kann man sieb einbauen... ...dann wir ausziehen... ...was... äh... ...hier weitergeleidet wird... ...hier stellen wir dann die Crusher hin... Zuvor müssen wir halt das Ganze in die Truhe reinfiltern. In der Truhe werden dann mit Hilfe von den Item Cards die Junkster hergestellt. Die wurden ich gerade in die Maschine gegründet habe. Dann kommen hier die Grinder hin. Der leitet es dann in die Grinder. Die Grinder sollen von einer Baumfarm Soll das Holz runterkommen. Dann bepowern. Also zuerst das Holz in der Ofen soll dann golden. Oh so wie es heißt. So soll das umgewandelt werden. Die sollen dann die Öfen bauen. Dann mal als Ziel. Dann sollen die Barren halt äh das was da rauskommt. Also soll das hier passieren? Dann soll das Ganze wieder hoch in seinem ehesten stehen. Stehen das braucht jetzt auch langsam mal Energie. So geschickt ist da. Was sind jetzt hier? Was ist schon nicht ganz so toll? Da kann ich jetzt nicht... Wie baue ich denn? Wo steh denn das? Wie baue ich denn? Wie steh denn das? Ich steh halt hier direkt drunter. Kann ich nur in dem E-System hinstellen. Also ich stell's vielleicht hier hin. Was? Die ganzen Dinger hier... Ich weiß das sollte ich auch noch auf den einschließen. So viel Gummelfleisch? Das kann ich ja mit dem Freezer in Gold wieder zurück umwandeln. Okay. Das ist schon wieder voll. Wenn wir jetzt... Viele Skelette da drin. Jetzt. Keine Verzauung. Jetzt. Jetzt. Äh... Enderpaar... Die Pille, die können wir alle hinfassen. Da haben wir. Leer. Da ist schon ein bisschen zu gerufen. Das ist viel. Dann... Er erledigt. Also das ist ganz ganz ehrlich. Ich kann mich nicht mehr wegnehmen. Ich kann mich nicht mehr wegnehmen. Das ist schon sicher. Also das Ganze ist nicht mehr weg. Ich kann mich nicht mehr wegnehmen. Dann bin ich noch durch. Ich kann mich nicht mehr wegnehmen. Achievement. Wo das hier alles eh den Strom... Deswegen... Da muss ich einfach auf den Weg. Jetzt kann man es so... Wie sieht es aus? Das Bild ist ein Problem. Jetzt haben wir ein Moment. Den Link fahren wir mal auf. Zwei bis jetzt. Also ich... Sie wird gemischt. Das steht von... Figment-based Gold. Zumal den... Experience Farm haben wir gerade... Also wir hatten... Wir hatten bis jetzt bloß zwei... Plus... Müssen die gar nicht voll machen. Mh... Ich dachte... Es hieß... Die... 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 So... Die... 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 Soll ich... Was machen? Schlagen. Das ist hier. Setzen. Ich hänge. Jetzt. Ab gehts. Aber. Zwei Tanks fehlen noch. Die Zimmer denn, wir sind bei 33 Minuten. Jetzt zeig ich mal irgendwas zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.